Hi Freunde, habt ihr schon mal Zeitraffer-Videos aufgenommen? Ich habe jetzt hinter mir den Sonnenuntergang aufgenommen, einmal mit meinem iPhone und zeitgleich mit der Sony A7 III. Und mich interessiert einfach, welches Bild besser aussieht, bzw. kann ein iPhone mit der A7 III mithalten. Schreibt unten in die Kommentare rein, welches Bild euch besser gefällt. Ich finde ja jetzt, nachdem ich mir auf dem iPhone das angeschaut habe, die A7 III Aufnahmen viel geiler, weil man kann alles manuell einstellen, die Belichtungszeit und den Weißabgleich. Das iPhone regelt alles automatisch und so sieht man ganz deutlich, finde ich zumindest, auf dem iPhone, dass das Bild immer wieder flackert, heller wird und dunkler wird. Was für Einstellungen verwendet ihr? Würde mich interessieren. Danke, Peace out, bye!